Willkommen zu unserem Mitspieler Nr. 2. Ihr seht mir aus, als würden die aktiv Fußball spielen. Habt ihr die Welt wirklich gefragt? Wo spielst du? Ich spiel bei Dunau in der E1. In der E1. Und was spielst du dort? Abwehrspieler. Abwehrspieler. Na ja gut, Abwehrspieler, die müssen ja eigentlich nicht so oft ins Tor treffen. Wir werden das trotzdem mal versuchen jetzt. 800 Euro gibt es jetzt. Wie viel davon geht in die Mannschaftsklasse? 150. 150, na ja gut! Und der Rest darfst du dann ganz alleine verputzen lassen. Okay, Achtung, mit deinem Freund. Okay, dann, dann. 800 Euro. Jetzt sind wir gespannt. Los geht's. Der Nachwuchs von Dynamo. Na ja, so schlecht sah der schon gar nicht aus. Aber wir können jetzt sagen, dass er knapp vorbeiging. Unser Mitspieler Nr. 2. So. Warte, auf Dynamo eingehen, sonst gibt es wieder. Heißt? Ja, danke. Okay, so. Wie viel gibt es in der Mannschaftsklasse? 150 Euro. Ihr seid ganz schön draußen, muss ich sagen. Ja. Na dann, los geht's. Achtung. Mein Lieber. Der sieht gut aus. Achtung. 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 Tut mir leid. Also, euch hier ein ganz herzliches Dankeschön. Und ganz herzlichen Applaus. Gibt's nochmal für euch. Und das heißt, dann werden wir beim nächsten Mal spielen. Großes Geld in Allzeitpause. Präsentiert von Timo Meilen. Timo Meilen. Ein류-Fon-Timo. Hallo. Timo Meilen. Timo Meilen. Vielen Dank.